Musik Musik Nachdem das beliebte Altstadtfest Bis 2020, 2021 und 2022 nur im intimen Bereich gefeiert werden konnte, war es für unseren OB Frank Klingebiel ein wahres Bedürfnis, den Zapfern in das Freibierfass zu schlagen. Musik Ja, liebe Söltasche, liebe Badenser, liebe Salzgitteraner, liebe Gäste aus nah und fern, herzlich willkommen zu unserem 45. Altstadtfest. Musik Und wir wollen jetzt mal den ganzen Helfern und Ehrenamtlichen, die hier anpacken und uns diese Musik und diese schöne drei Tage ermöglichen, Danke sagen. Das machen wir in unserer ehemaligen Bergarbeiterstadt natürlich mit einem Glück auf. Musik Michael Buse, das Bürgerkomitee, die vielen Ehrenamtlichen haben sich bewogen gefühlt, uns hier heute und für die nächsten drei Tage einzuladen, die Kosten müssen wir natürlich salomonisch teilen, einzuladen, damit wir wieder feiern können, uns in den Arm nehmen können und darauf sagen wir ein dreifaches Glück auf! Glück auf! Glück auf! Dankeschön. Applaus Ich weiß schon, dass ihr jetzt halt fast geboren habt. Musik Jedes Jahr im Sommer, da ist es an der Zeit, der Fröte wird gefeiert. Musik Da ist es so warm, es stehen dann wieder Ruden, so rund wie jedes Jahr, man kann es kaum erwarten, bis das Altstadtfest ist da. Musik Gehen beim Altstadtfest dann die Lichter an, dann wird es so gemütlich Musik Und dann heimgehen, denkt, da braucht keiner hier, und das Bierchen schmeckt so richtig Und wenn hier dann noch Musik erklingt, die dann die Lichtgestimmung bringt Gehen beim Altstadtfest dann die Lichter auf, fühlen wir uns wieder gut Drei Tage wird gefeiert, denn hier da ist was los Hoch an, das ist für alle, egal ob klein oder groß Hier feiert man zusammen, man schaut doch nicht auf Geld Bis in den frühen Morgen werden Bierchen noch bestellt Gehen beim Altstadtfest dann die Lichter an, dann wird es so gemütlich Und ans Eingehen denkt dann auch keiner hier, und das Bierchen schmeckt so richtig Und wenn hier dann noch Musik erklingt, die dann die richtige Stimmung bringt Gehen beim Altstadtfest dann die Lichter an, fühlen wir uns wieder gut Gehen beim Altstadtfest dann die Lichter an, dann wird es so gemütlich Und ans Eingehen denkt dann auch keiner hier, und das Bierchen schmeckt so richtig Und wenn hier dann noch Musik erklingt, die dann die richtige Stimmung bringt Gehen beim Altstadtfest dann die Lichter an, fühlen wir uns wieder gut Fühlen wir uns wieder gut Fühlen wir uns wieder gut Wow, das ist schön! Ja, das ist schön! Ja, das ist schon so geil! Ja, das ist schon geil! Was ist denn? Wow! 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 Leute, wollt ihr Spaß? Dann kommt jetzt auf die Bühne! Ja, das ist schön! Ja, das ist schön! Ja, das ist schön! Scheiße, ja! Es wird schon geil! Ich will fahr'n! Ich will fahr'n! Ich will fahr'n! Ich will Spaß! Ich will Spaß! Ich will Spaß! Ich will Spaß! Ich geb' Gas! Ich geb' Gas! Ich will Spaß! Ich will Spaß! Ich will Spaß! Ich will Spaß! Let's Party! Kann ich mal nur in Zukunft ein Händchen sehen! Hallo Salzgitar! Hey! 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 Die Klatsche ist noch ein bisschen warm! Könnte sein, heute Abend ist noch Schnee angesagt! Dann kann ich euch mal hören! Deutschland Deutschland, spürst du mich? Heut Nacht komme ich über dich! Das macht Spaß! Das macht Spaß! Das macht Spaß! Geht noch ein bisschen lauter! Deutschland Deutschland, spürst du mich? Heut Nacht komme ich! Heut Nacht komme ich! Über dich! Das macht Spaß! Das macht Spaß! Der Tankwart ist mein bester Freund! Ruhi wenn ich komm! Lindt der sich voll und er braucht Spaß! Er hat Spaß! Er hat Spaß! Wir wollen Spaß und Spaß Wir geben Gas, geben Gas Wir wollen Spaß und Spaß Wir wollen Spaß und Spaß Hallo Markus, herzlich willkommen hier in Salzgitter, 45. Nur eine Frage, dann will ich auch nicht mehr heute nerven. Nach dem Maserati mit 210, Starkstrom-Auto heute oder ein E-Auto, irgendwas in der Richtung? Ich weiß gar nicht, gibt es den Maserati mit Strom schon? Gibt es das schon? Ich habe keine Ahnung. Der bräuchte wahrscheinlich tatsächlich Starkstrom. Alles klar. Aber ich bin heute der Busfahrer. Ich habe die Combo hierher gefahren mit dem 8-Mann-Bus und der fährt konventionell. Super. Na gut, ich bin hinten mitgefahren. Alles klar. In diesem Sinne, viel Spaß hier in Salzgitter heute Abend. Danke. Ich bin hinten mitgefahren. Ich bin hinten Tag für Tag, weil ich ihn so mag, denn er sieht ja so niedlich aus. ued es überhaupt gut bekan? Na gut. Ja. Grazie? Hans. самом発ied Denn mit ihm kann ich fröhlich sein. Wenn ich heilig gut soll, kommt er mich schnell wieder auf. Ja, mein Benni, ferner ist mein Freund. 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 Ja, 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 mein Freund. Musik 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 Guten Abend, Salzgitter! Geht's euch gut? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab heute nichts verseut, wenn ich auch nur von dir getreut. Wir haben uns gar nicht mehr gesehen, ich werd mal zu dir rüber gehen. Alles, was ich an dir mach, ich mein Gott so, wie ich es sag. Ich bin total verrückt, ich werd verrückt, wenn's heute passiert. Hast du etwas Zeit für mich, singe ich ein Lied für dich von 99 Nummer 8. Auf jedem Weg zum Horizont, denkst du vielleicht hart an mich. Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Nummer 8. Und dass sowas vor, sowas kommt. Ich brauch alle Hände oben. Kommt! 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 Das sieht ganz fantastisch aus. Wie ist das da drüben mit euch? Krieg ich auf eure Hände alle oben? Kommt! Auf und in einem wunderschönen Baum. Zeig's euch, kommt! Was ist denn mit euch da drüben? Ich kann euch gar nicht sehen, wenn ihr die Hände oben habt. 130 Luftballons, auf ihrem Weg zum Horizont, in einem Wunderschönenfuß aus dem Wald. Der Rohr schickte ein General, die Kriegerschlag verlebt er her, der Land zu geben, wenn's so hell. Dabei war's doch, am Horizont. 130 Luftballons! 99 böse Flieger, jeder war ein großer Flieger, jeder hat sich für ein Kämpferlern. Es gab ein großes Feuerwerk, die Lippen haben nichts gelaufen, die fühlten sich gleich angemacht, aber ich bin dran, auf der Risse, auf 99 Lippen los. Okay, freigegeben acht! Das ist eure Zeit! Hey! Okay! Und jetzt... 99 Kriegsminister, Streichsholz und Benzinkanister Hier hieß ich für schnaue Leute, bitterten schon fette Beute Kriegekrieg und Volk gewandt, Mann, wer hätte das gedacht Das ist einfach ein Sonnenblatt, wie 99 Laufballons Wie 99 Laufballons 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 2 Laufballons Kriegsminister, Streichsholz und Benzinkanister Hallo Frau, ich denk an euch Freunde und lass ihn fliegen. Ich hab euch geschlecht gehofft. Ich hab euch geschlecht.